Ja, hallöchen, mein Lieben, hier ist er wieder. Wir kommen zu einer neuen Vorstellung. Und zwar haben wir hier diese, ja, ich finde äußerst äußerst attraktiven, ja, was soll ich sagen, Schrottenaube, Scania, 43 steht da drin. Ja, mit denen machen wir jetzt mal eine Tour. Und zwar vor Welle in der Kiel sehen wir die Vereigenschaften hier nicht. Also Licht geht schon mal, das ist ja gut in die Haare, das geht auch mal, bis auf die Straße, keine Ahnung. Na gut, bleiben wir mal ein, fahren wir mal los, ne. Ja, ein bisschen spontan ist alles hier, ne. Ja, aber was wir jetzt machen, ne. Dann wollen wir mal mit Getreide. Ja, ein bisschen besser, wie wir jetzt hier sind. Ops. Ja, die Anglers. und zwar haben sie hier das um den scania 111 41 ja wir haben zustand 375 ps aber und 550 Liter was Salz ist nochmal so 4 oder 2 3 3 4 Oh, das ist sehr, sehr, wie das mal aufbaut ist. Mit dem guten Stück. Ich hab mir ja schon ein Mandatmütchen vorgestellt und jetzt machen wir kurz im Bad. Einmal Schleller Kiel. Schlepp, schlepp, schlepp. Und ein Krach macht der Teil. Ist ja lieber normal. Jetzt mal wieder mit einem, was ich dort merke, wo er zieht. Wann die sagen muss, der Blink hat mir hier nicht ganz gezeigt, also dass der mal blicken tut. In der Kapitel hier noch eine Heerball. Da ist man ausgestiegen während der Bad. Und die Dinger überhaupt gehen. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Oh, nee. Ey, mit dem haben Arsch die Schäse aufgehauen. Du meinst, ich weiß es nicht. 65, äh, 65. Alter, du. Wahnsinn. Müsst du mal ein Schwertradfahrt mitmachen, du. 40, 50 Stunden. Oh, nee, da. Da streckt er die Beine. Oh Mann. Na ja, man muss ja auch mal was. Eine alte Fahne kann ja nicht immer eine gute Hand haben. Traurig, traurig. So, jetzt habe ich direkt einen Blinker gemacht. Ich sehe ja nichts, dass hier irgendwas blinkt. Hier ist ja nichts. Ich nehme an, im Dunkeln kann man dann wenigstens sehen, dass hier irgendwas blinken tut. Ich habe mal den Spiegel gekickt. Aber sonst... Oh, 80 haben wir den Druck da. Yeah, yeah, yeah. Jetzt geht's ab, die Belevat. Ja, ha, 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 ha. 81. Aber hier brauchst du mich wirklich nicht bewegen. Ich, ich dreh schon das Pedal mit, bis auf den Asphalt durch. 83. 83. Ey, was? Das ist ja nicht... 97. Echt, nein! Jetzt gibt der Gas hier, glaube ich mal. 90 Nübel. Also hier kriegst du bestimmt nicht wegen Geschwindigkeitsvertretung ein Rad. 100 Bärchen unter 102. Irgendwas mit 103. Boah, ey. 104, 105, nein! So schnell! So schnell! 106! 107! Und 110 schafft... Nee. 108. Gibt natürlich wieder Berg hoch. 110 mit Berg runter. 111. Boah, nein! Boah, der liegt nur auf dem Schloss. Muss ich schon sagen, na. Trotzdem! Uch! 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 114, abschüssige Straße. Nein, das ist wirklich voll als zu 100. 114 macht er. Ja, das ist ja wie eine Realität. Und dann mit 300 und fangt er Futter. Unsere Trümmer, Lotte. Und schon wieder müssen wir durchdrehen. Hier ist es schon ein Mondbrech. Das Pedal. Also hier wird noch die 80 kommt. Echt Wahnsinn. Echt? Ach so, ich muss die Erohung Ich hab ihn denn noch Oh klar, wird der Drollolier. Oh klar, wird der Droll-Droll-Droll-Droll-Droll-Droll. Wir haben gerade eine Zigarette gebaut. Deswegen eine Ampelphase verpasst. Ich sehe das nur für eine Musikmeter-Grunde hier. Der eingebauten Radio hier drüben und so was. Ich sehe das. Ich sehe das. Dem müsste man ja mit Handschaltung fahren, was? Seine Automatik gab es aber noch nicht. Ja, ich habe extra diese Lackierung genommen. Tja, dann war es wohl. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Ja, soviel dazu.